Hallo wieder zu Rechnus und F1 2018 Äh, ja, das ist nochmal eine Auswertung vom letzten Rennen Okay So Wir haben Einladungen zu neuen historischen Events erhalten Du kannst vor Ende des Wochenendes bestimmen, ob du daran teilnehmen willst Verfolgung oder Time Attack? Oder machen wir mal Time Attack? Mit einer schönen alten Karre Hallo nochmal und vielen Dank, dass Sie heute bei einem der wenigen Events in diesem Jahr mit dabei sind Die keinen Einfluss auf die Weltmeisterschaft haben Wir können uns also alle ein wenig entspannen und dabei zusehen Wie ein paar wundervolle Oldtimer auf der Strecke so richtig Gas geben Jo Oh, Runde nehmen 3, Bände das Rennen in unter 5 Minuten Und dann Fangen wir mal neue an, dafür ja tut da das... Nix. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die neuen Teile sind aus der Fabrik angeliefert worden. In der nächsten Session sind sie am Auto. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, Training 1 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich weiß nicht, wie die Strecke aussieht. 4G in den Kurven. Die Fahrer können die Kräfte, die auf ihre Körper wirken, gar nicht ignorieren. Das ist harte Knochenarbeit, Runde für Runde. Aber ich denke nicht, dass einer der momentanen Fahrer seinen Job als lästige Pflicht bezeichnen würde. Auch falls man mal einen schlechten Start ins Rennwochenende hinlegt. Wenn man konzentriert weiterarbeitet und die Ruhe bewahrt, bekommt man die Möglichkeit, das Ruder rumzureißen. Also, wir haben ein paar neue Teile für diese Session montiert. Hoffentlich erhöhen Sie die Geschwindigkeit des Autos noch ein wenig. So, dann wollen wir mit der Aklimatisierung beginnen. Doch, dann müssen wir mit der Aklimatisierung ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe mit Chris über die neuen Teile gesprochen und wir sind froh, dass sie sich gut einbauen ließen. Wenn wir Glück haben, machen sich die Verbesserungen bemerkbar. Also probieren wir es mal aus. Oh Gott. Ist das ein scheiß... Oh Gott. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Dein Fortwinkel ist beschädigt, er wird die Performance beeinflussen. Untertitelung des ZDF, 2020 Dein Fortwinkel ist beschädigt, er wird die Performance beeinflussen. Ich versuche noch einmal die Session neu zu starten. Chris hat dir wahrscheinlich von den neuen Teilen aus dem Werk erzählt, oder? Jetzt sind sie alle montiert und einsatzbereit. Ich hoffe, sie erfüllen ihren Zweck. Der war gerade ganz knapp, der erste Versuch. Der war gerade ganz knapp, der erste Versuch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Der Frontflügel ist schwer beschädigt und du hast viel Abtreib am Wagen verloren. Komm an die Box und verpassen wir dir einen neuen Frontflügel. Die ZDF für funk, 2017 Das sah böse aus. Alles in Ordnung? Sag mir, ob es dir gut geht. Ich werde viel zu nervös. Das ist nicht gut. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Das ist nicht gut. Also, wir haben ein paar neue Teile für diese Session montiert. Hoffentlich erhöhen sie die Geschwindigkeit des Autos noch ein wenig. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Tut du in Ordnung? Das war's. 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 Das war's.